So, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar, wir haben ein paar Leute in den Lobby. Das ist schon mal was Gutes. Wir wollen einen Bank rauf machen. Einer der besonderen Arten. Das ist nämlich der da hinten. Da ist es ja noch. Da irgendwo. Was ist für ein Bitch, Alter? Hat's im Maul. Wir sehen uns dort. Wir brauchen ja ein Kfz, das uns nicht gerade verrät, also wenn wir eins von uns nehmen, sind wir sehr, sehr am Arsch. Also nun wird es eins. Bis gleich. Okay, wir haben es geschafft. Da ist die Bank. Bitch, jetzt ist die Arsäule im Weg. Da ist die Bank. Da werden wir einbrechen. Wir werden, ohne angefangen zu werden, über die Straße rennen. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Sieht sehr gut aus. Okay. Ja, sowieso. Na gut. Guck dich die Bank an. Wallah. Die werden wir jetzt überfallen. Okay. Oh, das. Zu nervös, ne? Ich meine, wenn es schief geht. Die steht in den ganzen Bullen. Okay. Scheiße, wir sind endlich in der Bank angekommen. Okay. Nice. Ähm, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen die Bank erfolgreich ausrauben. Ey, meine Tastatur klickt die Scheiße. Ich schwöre, ne? Das ist gut. Check mal auf. Eine Security. Das war die Security. Die eine kommt weiter hier. Da ist die Bank drüber. Wo ist die dritte? Watch the guard. Da ist die vierte. Wildtalk. Wundert euch nicht, wenn ich so behindert rumlaufe. Das ist diese scheiße Art, das ist. In der Tat. Die Wildtalk klickt die Scheiße. Ich drücke sie einmal. Weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber... Nein, da springen wir jetzt nicht runter. Sonst darf ich schon den Wiel ist. Lass das Ding wieder öffnen. Ey, moin. Gut. Die Kamera ist dann ausgeschaltet. Ah, eine Security ist tot. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Töten, töten, töten. Oh, die Leute, geh raus. Tot. Oh, muss alles in die Hose gehen, was ich anfasse. Professional doesn't need to kill those people, you know? Wie kann es mal, wenn ich erst mal die Leichensäcke hole? Bevor ich dann noch irgendwie töte? Hier, yep, it's me. Yeah. Yeah. Frag mich. Übertrieben kritische Lage. Zugriff. Zugriff, 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 Zugriff. Zugriff. Runter, runter, runter. Wir haben diese Gründe. damit ihr die kleine bitch alter ok 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 wir haben die bank unter der katrolle was ist das für eine scheiße was ist das für billig bohrer meine frisse es gibt den monstern holt euch nicht diesen monster hydrosport in der flasche es sieht aus wie vergammelte eisztee es riecht nach vergammelte eisztee schmeckt nach vergammelte eisztee oder ich habe zwei flaschen gut die scheiße nicht runter ich nehme anders als erstes werden so verkackt ich habe das Mach die Scheiße drüber! Bruder, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Bruder, bitte nicht! Nicht das, was ich denke! Ach du Scheiße! Juggernaut! Fuck, 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 fuck! Wir verpassen uns jetzt! Fuck, 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 lauf, 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 lauf! Scheiße! Scheiße, Juggernaut, Alter! Fuck, wir müssen rennen! Ach du, ich geh da nicht mehr, ich geh da nicht mehr, ich geh da nicht mehr! Du bist selbst verpustet! Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg, das ist Juggernaut! Scheiße! Drei Stunden später! Denkst du jetzt mal an, wir gehen die Schilder aus! Uff, okay, wir haben es endlich geschafft! Also, ich bin nur hinterher rausgekommen. Der Transport hat weggefahren, wegen dem Geld, ne? Haben wir uns erstmal gesichert. Und als Fluchtwagen wurde mir so ein, so ein, so ein, ohne Scheiß, mir fehlt ja diese, dieses Modell von diesem Fahrzeug ein, jetzt ist mir egal. Wir müssen flüchten! Oh, die Bullen kommen, ey! Geil, das Tür doch! Ich mein, wir werden das ganze Gebiet absuchen! Uff, wir haben Wunder schon erwischt, Alter! Nein! Scheiße, Mann! Ich hätt' ich richtig fahren, halt! Ich bin so nervös, ey! Wir sind hinterm Casino, da können wir uns gut verstecken. Dann geben wir uns als Security, ja! So bei den Postenkanal, dann haben wir ja an! So einigermaßen halt! Wir legen ihn halt um, ziehen uns um und dann, passt das schon! Super, wir sind gleich da! Ganz gleich da! Okay, seht ihr da? Wir werden ihn, mit, leider mit dem Springmesser, umbringen. Ganz leise, wir müssen nur, deine Kleidung holen, Bruder! Ganz leise, deine Kleidung holen! Leute! Ihr wisst, was das heißt! Wir haben es geschafft, Bruder! Wir haben die Mission, die Scheißbank rumgeschafft, Alter! Wir haben es geschafft! Wir wurden erwischt, aber wir haben es trotzdem geschafft! Leute! Abonnieren! Nicht vergessen! Wir sehen uns in neuen Videos! Genau! Und da! Und da! Und da! Und da! Und da!